Aber das ist cool gemacht mit dem Helm. Das ist die fucking Purrication. Das ist die fucking Purrication. Tomatenjahrt. Rutsch. Du bist hinten über den Berg gelapst? Ja. So. Na ja, ich komm jetzt. Ich brauch auch was zu rufen da hin. Da glaub ich bin ich auch grad noch voll. Aber ich glaube, wenn ich's grad richtig verstanden hab, aus dem Moldi kriegst du nur einen raus, ne? Und aus dem guten kriegst du Qualsaat raus. Aber scheiß drauf, für Moldi, das finden wir überall, weißt du. Und daraus schnell Saatgut machen, scheiß der Hund drauf. Sobald du eins hast, hast du sowieso gewonnen. Richtig. Das pflanzt da an. Muss ich halt zwar zeitlich noch trotzdem ein bisschen mit anderen Sachen überwachen. Ach, wir haben doch Platz unten, ne? Da hast du doch neun, äh, Dingens gebaut. Äh, relativ. Okay. Ich bin da voll. Scheiße. Warte, ich hab noch ein paar Arrows. Error 404, Sight not found. Was? Ist der abgeschlossen? Krass, da hab ich keinen Zugriff drauf. Auf beide Kisten nicht. Auf beide nicht? Ne. Okay. Na egal, dann klatsch ich die einfach hier hin. Ich hab sie nicht dicht gemacht. Ich kann mal gucken, ob ich die umstellen kann auf auf oder so. Ne, bremst auch. Ein komisches Flugzeug. Oh, was sehen wir hier? Hier liegt aus… potato seed. No, kann ich noch nicht sagen. Oh, mein Gott. Ach, viel Spaß, mein Mann. Ein gründer Quai. Aber das ist so kein Problem. Und ich kann mich nicht allein. Ne, gar nicht nur die Kisten noch. Thank you. Da da! Da 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 Um die die so nen Generator haben. So, das kann ich da hin tun. Das kann ich da hin tun Und die kann hier hin. Gut. Energy Drink. Ich habe voll viele Buckets. Also diese Patronen. Könnte ich eigentlich mal die Doppelflinte oben reinsetzen. So. Ja, das ist doch auch da. Könnte ich... Hier hätten wir eigentlich die Tür mitnehmen können. Hätten wir hier eine Tür reingesetzt. Hätten wir so ein kleines Häuschen schon mal hier. Du kannst aber auch hier erstmal die nehmen. Ist auch eine Schruppflinte. Ist aber ein bisschen besser als... Passen da die Patronen rein? Diese einzelnen? Die Schrupprante halt. Ja, hier die Bugshots. Die gelb Kopf und roter Dingens. Äh... Muss man austesten. Schrupprante. Ich gehe jetzt erstmal da oben rein. Zwei. War das auf T, ne? Jo. Jo. Sehr gut. So, Militärlager. Also falls einer von denen... Den haben sie so nicht kokelt. Ich habe zweimal Benzin dabei. Okay. Ja, ich hoffe ja immer noch, dass wir endlich mal so einen scheiß Generator nochmal finden. Was mich halt wundert ist, ich habe beim letzten Mal diesen Generator hier zerstört. Dass der wieder da steht. Keine Ahnung, gleich mit dem Update oder sowas. Ich meine, die Bäume stehen ja auch. Da ist jetzt die Frage, ob das alles nachwächst. Oder halt nach dem Server halt wieder auf... Ja, wie er wieder auf ganz gestellt wurde. Gucken wir mal. Aber auch super geparkt, ihr Pisser. Supergeil verkeilt. Thank you. Ich denke, man parkt woanders. Ich glaube nur geradeaus, da müssen wir nicht drauf zukommen. Ich glaube, da vorne ist es schon. Ja, das waren die Zelte, oder? Ne, das waren die Zelte. Geradeaus. Guck mal, da hinten sind die Mauern. Ja, er kommt an hier, kommt. So. Dann wollen wir mal ins Jute Stübchen. Sind das eigentlich kanadische Flaggen? Ne, aber sie sind kanadisch angehaucht. Oh, scheiße. Den Krabbeler hinter mir habe ich gar nicht gesehen. Panzer fallen. Du Käse-Stink. Achso, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist da? Ah, Dynamit! Habe ich auch schon. Warte mal hier. Warte, gerade kommt ein Zombie. Ja, okay, dann. 5 EXP. Was ist denn das? Kannst du auch die Schruppen? Ja, nee, dann, nee, nimm mir mal mit. Passt doch auf die Schruppen, die sind drauf. Ja, egal. Vitamine. Ich habe nicht sehr viel Platz, das ist das Problem. Nein, das brauchst du doch gar nicht. Du brauchst nur einen Platz, kurz aufheben, T drücken, dann schraubst du das auf die Punkte drauf. Dann ist das nicht mehr im Inventar drin. Gehst du auf den Turm oben? Jo. Geh ich in die Hangars rein. Oh, schissene Sandsecke. Forest Armor und... Liegt ein Benzin-Kan ist da drin. Auto-Tracy. So, was haben wir hier? Dark Tape. Ja, hier drin in dem Hangar. Brecheisen-Vorschlaghammer haben wir. Hier liegt wieder Military Travel Pack. Fick dich hin, ey. Du bist auf den Turm drauf, ne? Sandsecke, hier ist nochmal ein Canty, Jojo. Desert Armor. Schade eigentlich. So viel Panzerung und sowas hier. Das ist schon wieder so ein Panzerschreck. Das ist schon wieder so ein Panzerschreck. Sandbags. Nochmal Sandbags. Was ist das? Bitpot an Standfuß. Einfach mal mitnehmen. Heißt du Standfuß? Ja, für ein MG, wenn du dir auf den Boden legst. Das ist dein Anstandfuß. Vertical grip, oh, aussehen. So, nächste Baracke. Ja, dann komm her, du Affe. Ein Helm. Ja, so ein Drillsargenhut hier. Was liegt denn da auf der Tonne? Nochmal Road Flare. Eine Road Flare. Knicklicht. Mach so ein Panzerstreck. Und hier liegt irgendwas unterm Bett. Sechsfach Zoom. Sechsfach Zoom, genau. Liegt hier auch. Morphin. Boah, streck mich doch nicht so. Morphin muss ich jetzt gerade süffeln. Aller zu mir nehmen. Okay, das meiste aus der Bude hier haben wir da jetzt leer gemacht, oder? Mhm. Ja, von außen hat eine Seite. Ja, ich bin bei 67%. In your face, Junge. In your face, Junge. Aha. Standfuß ist dran. Eine Schrotflinte mit zwei Beinen. Ich piss mich weg. Wobei ich mein... ...Bayonett an... ...an Sniper. Relativ alles, ne? Stacheldraht. Stacheldraht. Ja, wieder keine Scheiße hier. Generator und so. Ja, dann können wir eigentlich schon mal unten ans Zeltlager. Ja, vielleicht haben wir da noch einigermaßen was an Munitionen. Das wäre... Äh, äh, Medikamente. Das könnte machbar sein. Das war, glaube ich, erste Hilfe, ne? Ich trinke jetzt mal den Energy. Mal gucken, ob der irgendwas bewirkt. Der macht auf jeden Fall Trinken weg. Dann war du mal. Ja, das ist schon mal gut. Boah, der hat gerade alles getrinkt, äh, trinken geheilt. Kann man aus der Karre ausballern? Ne. Leider nicht. Das habe ich eben auch probiert. Oh, doch! Hä, ich habe es eben auch probiert. Dad! Ich habe gerade mal ein bisschen Backshot reingeladen. Oh, fuck. Du musst ja wirklich jeden einzelnen Schuss reladen. Ach nee, man kann mehrere Male drücken. Geil. Für Reloading. Äh, ja, hier liegt eine Medibox, falls du brauchst. Dressing. Dressing nehme ich mal mit. Morphin würde ich mir auch einpacken. Da hinten liegt noch ein medizinischer Kasten. Gehe ich mal da hinten am Zelt gucken. Hier ist noch Adrenalin an dem... Ja, nimm ruhig mit. Nimm ruhig mit. Was ist das denn? Koyote-Pack. Koyote-Ugli. Hier liegt noch ein Magazin. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020